Herzlich Willkommen Der Fragetyp Zuordnung Hier müssen Antworten zu Fragen richtig zugeordnet werden, wie zum Beispiel Synonyme oder Definitionen zuordnen, eine Abfolge richtig angeben oder Aussagen mit Ja oder Nein beantworten. Vergeben Sie zunächst den Fragetitel. Diesen können später nur Sie als Lehrperson einsehen, nicht aber die Studierenden. Aussagekräftige Titel helfen Ihnen später bei der Gestaltung Ihrer Prüfung, Fragen leichter wiederzufinden. Im Feld Fragetext erfassen Sie die Fragestellung für die Studierenden. Geben Sie nun zusammengehörende Fragen und Antworten ein. Sie müssen zumindest zwei Fragen und drei Antworten zur Verfügung stellen. Falsche Antworten geben Sie ein, indem Sie das Fragefeld freilassen und nur eine Antwort eingeben. Einträge, bei denen sowohl die Frage als auch die Antwort leer ist, werden ignoriert. Lassen Sie die weiteren Punkte außer Acht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.